so hallo meine lieben pyro freunde ich habe heute ein kleines unboxing für euch und zwar eine pyro wettbestellung ja es sind klasse t1 artikel dort drin enthalten bengar artikel rauch artikel ja päckchen ist eben gekommen mit dpd geliefert ja ich schneide es gerade mal auf und dann schaue uns mal den inhalt davon an so wir haben ganz viel verpackungsmaterial hier drin also viel ist es nicht von vornherein erst mal gesagt wo fangen wir denn da mal an ich würde sagen mal hier bei denen hier die sehen doch gut aus ja vom keller haben wir zehnmal die leuchttaler die waren so günstig deswegen habe ich die gleich mal zehnmal mitgenommen hier mal ein paar da sind ja noch zwei stück genau wie gesagt zehnmal ja was haben wir denn hier ja ein ich meine es ein ultra rauchtopf in schwarz ja steht ja auch pyro rauch wer lesen kann das klaren vorteil genau er wie gesagt schwarzer rauch dann haben wir eine jumbo rauchfackel in weiß von 198 gramm das ist ordentlich da schlägt ihn lieber mal hin sonst fällst du noch um dann haben wir dass das denn eine strobe rauchfackel in rot dreimal dann wie die mega lanze hier fünf minuten brenndauer leck mich am arsch ey was ein feil das nennt sich auch pyro fackel also ist echt extrem groß nicht schlecht und dann haben wir noch als letztes hier was ist denn das royal fackel blau ja auch bei galo eine m von 55 gramm ja spektakulär war die jetzt nicht die bestellung aber ich dachte mir mal so in einem jahr kann ich mal wieder was bestellen das ist sehr überschaubar sage ich mal im gegensatz zu meiner silvester bestellung aber mit solchen sachen kann man auch spaß haben auch wenn es zu wenig ist sage ich mal aber man kann schon spaß haben ja ich hoffe euch hat das video gefallen es wird natürlich zu jedem einzelnen artikel noch mal ein erklärungsvideo bekommen und da wird der artikel selbstverständlich gezündet die ist extrem schwer die große lanze ja wie gesagt kommt noch zu jedem video und gerade ist meine zweite bestellung gekommen von pyro web sind wieder bengala artikel enthalten diesmal ist sie noch kleiner als die andere bestellung ja ich würde sagen wir gucken einfach mal rein wir haben sehr sehr viel verpackungsmaterial die sehen wir schon direkt den ersten artikel und zwar eine royal fackel rot diesmal eine kleine variante als die andere gut dann schauen wir mal nochmal verpackungsmaterial so dann geht es hier weiter das sind strobo lichter strobo fackel grün das sind fünf stück ich habe insgesamt von den zehn stück bestellt weil die ein auslaufmodell sind bei pyro web bis zum zwölften zehnten irgendwie und die kosten pro stück dann 99 cent und ja dachte ich mir bestellst du mal ein paar drüben haben wir noch kleine ganz kleine mini bengalus auch in rot von black box so und hier unten haben wir dann noch die anderen drei packs einmal noch die grünen fünf stück und dann noch zweimal rote strobo lichter auch jeweils zwei packs ja war sehr überschaubar mal wieder aber ich dachte mir so da das auslaufmodelle sind ja bestelle ich die mal lieber und ja die kleinen dachte ich mir bestellst du auch noch mal gerade mit weil die auch eine minute brennen sollen ja also schon extrem die haben hier auch eine NEM von 7,6 Gramm ich werde die jeweils vorstellen wieder alles und es wird ausführlich alles erklärt wieder und dann natürlich gezündet das ist ganz klar weil das steht ja auf meinem ganz gesamten kanal ganz oben an erster stelle zünden aber ja gut dann bedanke ich mich bei euch fürs zusehen meines kleinen unboxing videos und wir sehen uns dann beim nächsten video wieder bei der spät und wir sehen uns dann bei der spät und wir sehen uns dann bei der spät